Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert Xtreme Randomizer zusammen mit dem Niklas. Hallo. Heute stellen wir uns den Champ. Den legendären, ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal? Delion. Der rechts steht sogar, mach Delion fertig. Egal, egal. Wir sind dran, wir sind dran, Freunde. Wir haben den finalen Kampf jetzt hier gegen den Champion. Da braucht es diese andere Flex von dir. Wie heißt der nochmal, der Champ? Ach, ich hab seinen Namen vergessen. Ich habe ihn schon wieder fallen. Ach, Solo wird er noch heißen. Ja, ja. Ja, ja. Okay, okay, okay. Let's go, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was der am Start. Hallo? Falsche Tür. Ne, du musst links rein, also jetzt wieder zurück und dann, oder? Rechts in den Fahrstuhl. Da musst du noch links, glaube ich, jetzt gleich. Nein, ich muss mich erst mal anziehen, glaube ich, ne? Ach so, ja oder so. Ja, gut. Ist schon so lange her. Keine Ahnung. Kann ja nicht mit gewöhnlichen Quadrotten draufgehen. Okay, Delion, du bist unser Champ. So oder so, dann mach ich fertig, Champ. Los. Junge, da gespaltene Meinungen hier auf jeden Fall. Gefällt mir so. Wird ein spannendes Match für Delion. Ich auch, Alter. Ja. Krasser Typ. Mit seiner Leggings. Ja. Boah, die Nummer eins, Alter. Er hat's sogar auf seiner Hose draufgeschrieben. Ne, ne, das ist ein I. Für intelligent. Ja. Ich hab dich entdeckt und dein volles Potential entfesselt. Das ist eine Leistung für sich. Junge, Alter, wie er sich selber flext, Alter. Ja, ja. Junge, Alter. Ja, okay, Daddy, du hast uns gemacht. Aber ist okay. It's Champ time. Yeah. Junge. Ja, let's go, würde ich sagen. Ey, wehe, der hat jetzt schwache Pokémon, ne? Komm, sechs Leggings, bitte. Junge, wie er rumhüpft, Alter, er ist richtig, er hat richtig... Oha. Er nimmt's richtig ernst. Oh, 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 oh. Oha. Kapaloris? Alter. Was ein Lead. Was ein Lead. Was ein Lead. Der würde ich auswechseln. Na, Sturzflug, Alter. Stimmt. Sturzflug hast du dir. Oh, Junge, aber schon ein gutes Pokémon, Kapaloris. Ja, Kapaloris ist eh gut. Oha, 68, Alter. Er hat auf jeden Fall ein angemessenes Level. Ein angemessenes Level hat er auf jeden Fall. Gab's schon mal ein Champion, der auf so'n hohen Level war? Beim ersten Kampf, meinst du? Ja. Nee, ne? Gute Frage. Ich glaube nicht, dass er... Ähm, doch, doch. Ist ein Fall schwarz und weiß, das so, weil beim ersten Mal kämpfst du doch gar nicht gegen den Champ, oder? Ah, ja. Da kämpfst du ja dann erst gegen N und dann... Blau ist er. Ja, ja. Ich glaub, der hat auch so hohe, circa. Kapaloris wird Heuler. Er meint das ernst. Junge, er meint's richtig ernst. Ja, aber Kapaloris auch in der Serie. So wie er rumwackelt. Ja. Aber Aquaknarre Heuler, das ist ja echt kein gutes Setup drauf. Kapaloris auch in der Serie. Vor allem, bei ihm wächst einfach ein Kokowai auf dem Kopf drauf. Siehst du das? Ein was? Ein Kokowai? Da wächst ein Kokowai auf seinem Kopf. Ach, ein Kokowai. Oh, Junge, er ist aber auch genau wie sein Bruder, Junge, macht ein Crids, Junge. Oh, ein Volltreffer, nicht schlecht. Das hast du aber gut gemacht. Ich freu mich für dich. Junge. Mogelbaum. Junge, gleich sagt er auch so, Mogelbaum sieht zwar aus wie ein Pflanzen-Pokémon, ist aber auf dem Stein. Es wär besser, wenn du Wasserattacken einsetzt. Aber ich will dir nicht helfen. Ja, aber ich hab keine Wasserattacken, ihr könnt mit. Ja, Boden. Erdbeben. Gegen Gestein? Oder Pflanze? Ah, wir nehmen mal ihn hier. Ja, wobei, hier ist ja kein Flug mehr. Ich denk immer, er ist Flug, aber er ist Geistpflanze. Ja, ist schon nice. So. Mogelbaum. Aber auch gut. Oh mein Gott. Holy shit. Goldbaum. Junge. Du musst Feuer einsetzen. Das gegen das Goldmogelbaum effektiv. War das in der Serie nicht so? Alter. 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 Destroyed. Aber er auch vom Rückschluss. Ey, Junge, aber ein cooles Punkt, man. Goldenes Mogelbaum. Oh ja. Okay. Ah, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir nicht besser einsetzen. Egal, Qlo einfach reift. Er ist halt jetzt irgendwie geil. Solang es kein Eisburg, weil es ist alles gut. Ich lasse ihn erst so rein, er hat seinen Mogelbaum einfach ein Gold gemacht. Ne, äh. So. Oh. Oh. Okay. Okay. Also. Deine Pokémon sind schon mal stark. Schmeim. Ich mach einfach mal erdbeben. Ich hab keine Ahnung was. Das war ich glaub Stahl. 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 Null Stahl. Ja, gibt gut Dabbit auf jeden Fall. Ja. Knuddler. Oh oh. der den knuddler die elefanten sind zum knuddel da ich habe in einem ladung rein und dann geschichte wobei ich glaube ich hier aber ist egal es war in die ladung sollten reichen er ist so dieser unterschied also ich will jetzt nicht spoilern das break kommt später aber wir kriegen gerade eine hexe da werden da werden so fünf tränke hintereinander reingehauen so gefühlt und hier habe ich mich gewundert dass der überhaupt mal auf genesung eingesetzt hat so kommt das überhaupt später oder ist das von dem partz her so er kommt später weil ich wollte auch gerade sagen dass beim anderen weißt du so 50 mal wenn der sie auch könnten okay gade war nice cool auf jeden fall aber was mache ich dagegen gute frage ja der hoppsi oder rennen lassen einfach radikal feuerball gegen kopf fast level 70 großbrand wurde kopiert okay wenn wir da ist auf jeden fall schon krass also ich habe mich gar nicht an erinnern das ist so das ist schon heftig aber das empfehlen wir da ja echt durch aber man wird der ehre relativ schnell in dem roland da ok krass fe und licht wir einfach auch drin bleiben da können wir das machen so ist es ist ein letztes recht glaubt schon nein nein sonst hätte er das vorher noch mal angekündigt hat er dann noch noch eins ja er hat noch ja danach dann ist gut dass er das nicht dünner magst ich bin gespannt was der dünner mag sind wird der sieht aus als ob der in so ein käsepulver oder sowas gefallen wäre keine ahnung er ist einfach in schäder gefallen er ist einfach in schäder gefallen da können wir jetzt nicht wagen hier so mehr ein weißt du gar keinen bock mehr ne aber verständlich muss man einfach sagen was ist sein letztes pokémon ich bin gespannt was krass ist also war keiniges nur krasse pokémon vor der fickle krasse pokémon gehabt irgendwas richtig cool ist noch mal ja gut das ist real talk sein ernst egal egal du fisch ich habe mit allem gerechnet aber nicht mit ihm egal kommt ich auch noch mal zum einsatz meine chem-time ist noch nicht vorbei dinge das beinemisch als letztes pokémon oh junger der kumpöse 71 der der hat auch gleich groß zu werden damit giga dynamix die lange bitte die baller fische in deinem wechseln aber wie süß unser rot und guckt das Das ist doch voll klein. Das ist ja echt doch voll klein. So andere Geragen mit ihrem Kopf aus dem Stadion ist schon raus, weißt du. Was Klobark drauf hat. Lüge. Lüge. Das Ding ist, Spiderfish ist auch nicht viel größer. Wahrscheinlich gleich. Nee. Du brauchst halt Kampf. Was ein Kampf, Alter. Das ist der Finalkampf. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Rot im Kühlschrank gegen Baldorfisch. Ich sag One-Hit. Nee. Schade. Leider nicht, leider nicht. Das ist sehr appetit. Märchen, der killt jetzt alles von dir. Ja, das wäre heftig. Dina Fluth. Na gut. Ist okay, ich hab mir viel weniger gerestet. Na. Aber das spielt dir in die Hände. In die Hände. Nicht in die Karten. Das spielt mir in die Hände. In die Karten, meine ich ja. Los. So, Baldorfisch ist down. Nice. Nice, 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 nice. Ja. Also, das war... Das war jetzt nicht so schwer. Bisher, ich glaub, Kate war's mit dem besten Torpulten aus der Liga. Ja. Er war auch sehr... Obwohl, Mogelbaum hat mich schon geflasht, muss ich sagen. Ja. Kriegen wir jetzt die Caps? Sind wir jetzt der Champ, kriegen wir die Caps? Junge. Wie er immer am Posen ist. Obwohl er verloren hat. Flexer so, als hätte er gewonnen. Egal, gönnen wir ihn seine letzten Sekunden noch als Champ, so, bis wir ausgezeichnet werden. Soll er noch ein bisschen Spaß haben in seinem Leben. Ja. Bis dann irgendwann die Midlife-Crisis rauskommt, so in einem Jahr spätestens, wo er dann merkt, oh fuck, mein Leben macht gar keinen Sinn mehr, wenn ich kein Champ bin. Dann ist der Schwarzbild. Ah. Ich dachte gerade auch erst mal abgestürzt. Ja. Oh ja, ey, das ist unsere Mom. Und top. Und mein Faxo. Mom's Faxo. Oh, Dig. Lösch dich. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer und dafür solltest du gefeiert werden. Ja, interessant, Mann. Oh, Junge, du siehst so creepy aus. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Wir sind motherfucking Champion, Alter. Junge. Ah, Beat ist richtig abgefuckt, Alter. Ja. So, da könnte ich sein, ne? Wer wurde vom Gala? Ihr seid alle gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. So, du bist ein neuer Champ. Kannst du selber ganz krassen. Ja, unglaublich. Bin schon ganz rot im Auge, Alter, vor Freude. Lass uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft er uns führen wird. Junge, Alter. Deine schreckliche. Digga, als wäre ich jetzt Präsident hier oder Kanzler hier von dem ganzen Land hier. Uh. Uh. Ah, das ist auch toll. Ja. Ja, Leute, ihr könnt gerne mal unter die Kommentare hier unter diesem Part schreiben, wie ihr die Randomizer so fandet. Junge, ey. Ah, das ist das nice Video mit dem Mauszeiger drin, ne? Ja, ja. Man kennt das. Ich hätte ihn beim ersten Mal gar nicht gesehen. Ich auch nicht erst beim zweiten, dritten Mal schauen. Aber merkst du, die Qualität von dem Video ist nicht so geil, so. Ja, keine Ahnung. Bei einigen Stellen, denke ich mir, haben sie sich nicht ganz so viel Mühe gegeben. Ja, also vom Spiel her, ja. Aber ich muss sagen, die Mods der Randomizer haben mir schon ziemlich gefallen. Ja, die Mods, klar. Die Mods waren cool. Die Mods waren auf jeden Fall cool. Ach, die sind ja nicht von Nintendo, von daher. Ja, von daher. Ne, aber das Spiel an sich hat coole Passagen, aber grafisch punktet es nicht. Story-mäßig punktet ist für mich auch nicht so krass. Spielerisch, wenn man es mit anderen Teilen... Musik-mäßig punktet ist. Ja, spielerisch. Was sagst du zu spielerisch? Spielerisch, finde ich, ist es auch schwächer als die meisten anderen Pokémon-Teile einfach. Äh, Gameplay fand ich gar nicht mal so bad eigentlich. Aber ich fand einfach das Design scheiße. Das war... Was mir... Was ich cooler hätte... Also, ich hätte es auf jeden Fall cooler gefunden, hätte man die Shinies direkt gesehen. Das wäre cool gewesen. So wie ein Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Ich meine, man hatte jetzt wieder die Chance. Ne, man hatte so viele Pokémon auf der Overworld. Warum hat man es nicht gemacht? Abfuck. Abfuck! Ja, ich mag es auch nicht, dass man halt immer so überlevelt ist, weil man ja so relativ früh diesen EP-Teiler hat für alle. Ja, ich war die ganze Zeit überlevelt, außer beim Endfight. Ja, deswegen, das mag ich halt auch nicht. Naja, also man kann es ja auch ausmachen, aber... Wer macht das? Ja. Oh, Tobi Fox hat ja mitgemacht, der von... Ja, ja, der hat doch den... Wenn du im Arena Tower danach bist, weißt du? Hier. Ah, okay, okay. Da läuft ja der Song von dem. Krass. Das beste Lied auch in dem ganzen Spiel. Ja, aber sonst... Also es ist ein gutes Spiel, aber ein eher meh Pokémon-Spiel, wenn man das so sieht. Also es ist ein leidestehendes Spiel, das ist okay, aber wie gesagt, wenn man Pokémon-Fan ist und die Serie, also die Spiele schon seit langem verfolgt. Ich muss auch selber sagen, ich merke auch für mich selber, wie ich mit jedem neuen Pokémon-Spiel denke, ich frage mich immer, ob ich zu alt geworden bin für Pokémon. Aber eigentlich nicht so, die alten Spiele machen mir noch Spaß, aber die neuen werden immer kindlicher. Ja. Aber keine Ahnung, hier. So ein Pokémon-Hack macht halt auch mega viel Spaß, oder so. Hard Gold mal wieder spielen, aber irgendwie die hier... Ja. Es ist irgendwie nicht das Gleiche. Naja. Aber was ich auch mal sagen wollte, ich habe jetzt hier noch mit Pokémon Go angefangen seit langer Zeit und da wollte ich auch noch mal ein, zwei Videos zu machen. Es gibt ja jetzt auch Mega-Blickungen und ein bisschen Shit da. Das haben die auch relativ... Also die Mega-Blickungen jetzt nicht so, da bin ich jetzt nicht so zufrieden mit, aber den Rest so Pokémon-Go-mäßig hat sich eigentlich relativ gut verändert, muss ich sagen. Ähm... Giganta Max-Miauf-Voice. The fuck? Die haben das einsprechen lassen? Anscheinend. Wer lässt den... Nee, egal. Auf jeden Fall, da bin ich mir sehr zufrieden, aber mit der anderen Entwicklung der Pokémon-Company, was die deutschen Spiele angeht. So auf das MOBA bin ich irgendwie gar nicht gehypt drauf. Der einzige Hype, den ich noch habe, ist auf dem DLC jetzt. Ich auf Pokémon Snap. Mit den Lavados, Taptos und Arctos. Pokémon Snap könnte auch cool werden. Oh, da freue ich mich so sehr drauf. Ich liebe ja Pokémon Snap. Habe ich leider nie gespielt, aber werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Musst du nachholen. Das könnte auf jeden Fall nice werden, aber sonst... Keine Ahnung, eigentlich nur enttäuscht worden die letzten paar Monate. Ja. Ich habe auch gehört, also ich habe den ersten DC ja nicht gespielt, aber ich habe auch gehört, dass der halt so mittelmäßig eher sein soll. Ja, das ist so krass. Danke an alle. Der war okay. Ging jetzt eineinhalb Stunden oder so. Zwei Stunden maximal. Ah. Aber ja. Na gut, der zweite DC wird ja bald auch hoffentlich rauskommen. Dann können wir den auch mal ausprobieren. Ich würde auf jeden Fall sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao. Schaut gerne beim Niklas vorbei. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.